Hallo, ich möchte noch mal kurz das Spiel Stille Post Extrem vorstellen. Wir machen es auch hier unter freiem Himmel. Ich hoffe die Soundqualität geht gut und meine Tochter stört uns nicht so viel. Wir haben auch gerade gegrillt. Es ist auch ein lustiges Spiel für den Grillnachmittag oder das ganze abzuschließen und ich möchte einfach mal meinen Bogen vorstellen. Ich weiß jetzt nicht was draus geworden ist. Also ich hatte den Begriff Eule. Ich habe den versucht zu malen. Meine Malkünstler sind nicht so weit her. Aber es ist doch erkennbar als Eule. Ich hoffe ihr steht mir dazu. Aus der Eule wurde ein Uhu. Mia bleibt in der gleichen Familie. Aus dem Uhu wurde... Wer hat denn das gemalt? Der Mann in der Kamera. Es ist immer noch der Uhu drauf geblieben. Jemand hat versucht einen Uhu zu malen mit einer Klebstoffpistole. Ich weiß nicht was damit gemeint ist. Und daraus wurde der Uhu Kleber. Und das war's. Also ich hatte den Begriff Delfin und habe es versucht nach bestem Gewissen zu malen. Daraus wurde dann Flipper. Flipper wurde dann so dargestellt. Und daraus wurde Angeln. Damit habe ich nichts zu tun gehabt mit dem Angeln. Angeln wurde dann treffenderweise schon noch so dargestellt. Und blieb bei Angeln. Also ich hatte den Begriff Zoo gehabt. Ja aus dem Weg mit Tieren. Logischerweise Zoo. Aus Zoo wurde Wegweiser im Zoo. Gar nicht mal so weit weg davon. Dann hatte ich das auch schöne, von wegen welche Richtung wo was geht. Daraus hatte ich Wegweiser im Zoo. Daraus hatte ich allerdings, wie auch immer, nicht diffusiert worden. Das ist ein Löwe und ein Zebra. Das sieht doch jeder. Ja, ja. Ist klar. Also mit Alkohol habe ich das auch. Ich habe damit nichts zu tun mit dem Beet. Und daraus wurde komischerweise Safari. Ja so weit ist es ja auch nicht.